hallo meine lieben und zwar heute habe ich eine nachricht bekommen mit der frage wann ich mal wieder was low carb mäßiges machen dann habe ich mal nachgeguckt das ist zwar noch nicht so lange her wo die quinoa bratlinge waren aber es ist doch schon etwas länger her habe ich dann auch gemerkt mit was süßen also kuchen oder irgendwelche teilchen wie vom bäcker wie auch immer und deswegen machen wir das jetzt und zwar das eigentlich auch wieder ein blitzkuchen wenn man natürlich die backzeit nicht mit ein berechnet der ist super schnell vorbereitet für den ofen ich werde jetzt meine springform nehmen wieder mit dem durchmesser von 18 cm sollte die eine 26er form nehmen einfach alles verdoppeln und zwar hinter mir habe ich jetzt 100 gramm butter geschmolzen ihr könnt auch zimmertemperatur also die butter mit zimmertemperatur nehmen da ich das jetzt aber spontan mache habe ich sie jetzt geschmolzen hier drin haben wir 75 gramm xylit also zucker premium ist es ja wenn ihr zum selbst kurz überlegen wenn ihr zucker light nehmen solltet dann kann es sein dass ihr ein bisschen mehr braucht weil xylit ist ja so dass gibt dass man da genau die menge nimmt die man auch an normalen industriellen zucker nehmen würde und bei zucker ist es ja so also zucker light ist es ja so dass der nur 70 prozent süß im vergleich zu normalen zucker das müsste einfach selber dann abschmecken manche mögen es ja auch nicht so süß und ja genau dann haben wir hier drin noch zwei eier dann habe ich hier vanillearoma man kann natürlich gerne auch eine vanilleschote auskratzen dann habe ich zwei tropfen rumaroma also das kann man auch weglassen wenn man es nicht mag oder wenn es kinder nicht mögen diesen geschmack und zwei esslöffel sahne und hier drin sind lasst mich gucken 100 gramm mandelmehl ein tierlöffel weinstein backpulver 25 gramm gemahlene blanchierte mandeln und eine prise salz genau jetzt werden wir erstmal das schön cremig rühren dann gebe ich die butter dazu und dann kommen noch die trockenen zutaten und genau der ofen habe ich ja auch schon eingestellt zum vorheizen weil das ja so schnell geht und zwar auf 170 grad ober- und unterhitze und dann legen wir direkt los so und das war es auch schon jetzt können wir unseren teig und moment 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 so auch schon in die form geben das ganze glatt streichen und dann geht es auch schon ab in den ofen und wie gesagt jetzt geht ab in den ofen so das ganze war 35 minuten im ofen ich habe mir jetzt einfach noch ein bisschen xylit zu puder gemahlen in meiner kaffeemühle man kann aber auch sonst ein smoothie maker nehmen was ich schon mal sagen kann er riecht fantastisch fantastisch und er ist total soft das kann ich schon mal sagen und alles andere kann ich euch gleich sagen wenn ich probiert habe weil ja ach das sehen wir jetzt zusammen oder schmecken war schmecken mega also man würde wirklich meiner meinung nicht erkennen dass es speziell ein low carb kuchen ist ich finde er erinnert mich so ein bisschen auch an so einen sahne kuchen weil er so schön soft ist und ich finde es auch total gut mit dem bisschen rumaroma aber wie gesagt das muss man nicht zwingend machen aber so ist wirklich total weich und fluffig und schmeckt einfach mega und deswegen sage ich einfach nur macht's nach lasst schmecken und ich hoffe wir sehen uns wieder beim nächsten mal tschüss tschüss und tschüss namens